bio hallo 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 hier ist der im euro hier nein nein hier let's play und so ein pokémon ich habe keine ahnung was pokémon ist ich kann pokémon gar nicht spielen aber um das zu kompensieren habe ich einen partner dabei er wollte ich auch anfangen let's play zu machen aber ja ja so ist es man schon im leben ich stelle euch wollte gar nicht okay du bist eigentlich leiser ich hoffe man hat sich trotzdem wir spielen ohne tod weil ich habe irgendwie nicht ausgestalten also ich war selbst gemacht ich habe jetzt noch aufschluss zu gehen immer diese und jetzt geht es aber oder ja jetzt nicht mehr da ihr habt was was am besten hier alle erklärt euch warum wir ohne tod und spielen na ja weil mein mikro einfach wir fangen jetzt einfach mal an am besten ich lese nicht und der kümmel ist immer okay jetzt haben wir geklärt ich spiele und der kümmel liest immer die besprechblasen vor los geht's neues spiel los geht's hätte ich die epische musik nein oh ich bin ein alter opa hallo sorry dass du warten musstest ja du kannst weiter machen willkommen in der welt der pokémon ich kann's weiter machen mein name ist bürg ich kann's weiter machen aber jeder nennt mich nur professor pokémon kann's weiter machen dies ist ein so genanntes pokémon warum bist du so leiser auf einmal keine ahnung aber das ist schlecht und hässlich und leid wir menschen nehmen seite an seite mit ihnen als freunde oder als ja ja als knechts bimbos das war jetzt nicht mehr gut manchmal wie wir und mit dem blablabla gegen andere und doch hier ein pokémon so nahe stehen und der sagt macht gerade Abitur und kann ich mal lesen ey egal bla 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 man ja stimmt jeder der sich das antut hier weiß was ein pokémon und was pokémon ist wer bist du wie nennen wir uns denn bist du ein junger oder ein Mädchen du bist du zu warte ich weiß wie wir uns nennen gibt es ein kleines ja jetzt gibt es so so nein so nennen wir uns nicht doch wir sind Kurt wo es hier ja du bist Kurt wo es hier wir sind Kurt wo es ja ok jetzt habe ich es doch als Kurt wo es gerade in der Bootsel hin mein Heimatort gezogen ok jetzt werden wir erstmal Mini Mini hier macht oder ja I'm ready so jetzt werden wir I get on jetzt werden wir auf die Größe einer Arbeiter kompensiert los geht's gut Alter mach mal der Mikro wieder gleich die Qualität ist echt für'n Arsch egal das werden wir gleich sehen komm später einmal ein Pokémon ab wo ich erwartet dich dort man los geht's man jetzt go was soll ich tun halt mal die Klappe wir wollten eigentlich Pokémon das Teil spielen aber aber ja warum eigentlich der Immunator von dem Großen dann hätten wir wieder das einfach mal kreise ja also ich kenne ja diesen Virtual oder wie immer ja auch heißt den komisch normalen Emulator und wartet kurz der ist scheiße einfach mal also wenn man es einstellen würde und so also wir wollten wir wollten das spielen bei Crystal einfach mal die Beste Kurtfuss wir sind da Schatz Hallo ich bin an der Bremen ich fahrte im Wohnzugsrat zwischen allen unseren Sachen war wir zu still bemüden ich dachte ich soll vorlesen also die Frauen lese ich immer ah ok wie gefällt es dir dies ist unser neues Zuhause ganz schön klein oder? ist doch irgendwie dünnisch man kann hier sicher wunderbar leben meinst du nicht hier? und du bekommst dein eigenes Zimmer Kurtfuss lass uns hineingehen stimmt du redest ja nicht bist ja der namenlose siehst du Kurtfuss hier ist es doch auch schön oder nicht? nein die Pokémon ey du lieber ich hab irgendwie keinen Bock die Pokémon machen für uns den Umzug holen wir alle rein sauber ja toll das ist doch noch etwas von praktisch nein Pokémon sonst gegenseitig töten das ist praktisch genau man das ist praktisch man das Zimmer ist dumm schau es dir an mein Schatz die hat deine neue Uhrzeuge und Unterhose aber bist du da haben wir ja oh ich hab vergessen wie die Viecher ist ok ich wäre jetzt so lange hier stehen nein 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 ja ja ist in Ordnung du sollst eine Uhr eintreten du Bob ja na ok da ist ja eine Uhr äh ist es die oh Gott wie ich wollen wir realistisch sein äh warte ich bitte es nicht wir haben äh äh es ist 5,5,10 5,5,10 scheiße nein fuck warte warte oh ne warte 5 warte ich hab gleich ich hab gleich ja du schon nie oh mein Gott zum grabe ich die Uhr geredet in der Grundschule und da gut wie gefällt dir denn das Zimmer scheiße guck mal wir wir haben noch nichts gesagt und sie weiß sofort wie wir es finden ja nämlich scheiße warum jetzt ist alles komplett eingewichtet ja damals war es noch ein super nennt denn jetzt ist ein gamecube und bestimmt ist bei der neuen wii bestimmt weiß ich gar nicht bei den äh bei ich glaub bei bei schwarz weiß ich denke ich persönlich total scheiße finde das ist ähm glaub ich ja glaub ich ja guck mal ey das müsste doch dein traumzimmer sein oder codefuss hier guck mal er hat einen eigenen fernseher und du nicht sagten ja guck mal er hat sogar einen eigenen pc obwohl du hast deine eigene pc was steht hier drin das braucht man nicht glaube ich nicht durch nein nein was hab ich getan ok gut ich hab müllohren ich hab wir haben drei minuten gespielt obwohl auf meiner zeit steht dass wir schon sie minuten aufnehmen ja weil wir schon davor stimmt nein guck mal oh die mutter will gegen uns kämpfen weißt du dann wenn ich so ausrufezeichen und so die mutter des todes will gegen uns kämpfen du einfach da 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 hat die arena von ach ne du liest ja oh Gott oh Gott wie passt das denn da rein ja in der Fall das war unsere reportage über die arena in blütenburg city man 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 wird oh 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 schon vorbei ach so seit ich vor was die mutter okay wenn wir jetzt lesen ich glaube ich doch überhaupt egal 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 ey burg reimt sich auf dirk und dirk so heißt es meine onkel es muss jetzt gesagt werden weil ich hasse diese ersten part immer gibt es nämlich so viel los mal und ich glaube wenn man hier im kreis und ich habe keine ahnung warum wo es dort er wird meine das ist hier oder guck mal wie sehr da komme ich habe kein stadt um es kaputt zu machen ich kann jetzt graf rauchen okay wer das hier lesen möchte muss bitte auf pause drücken ich will endlich mal ein bisschen abspasten kann man hier irgendwas machen ja da ich kann man die korn pokémon bild lesen nur kämpfen ab und vor Ort das kann ich nicht kommt die Köln aber ich werde hat die Ernie ich nehme ich dazu in den Ausdruck, wirst du mir die Pokémon entdecken. Das weiß ich. Ein tiefes Pokémon gesunken, das wär's, das früher wurden wir von Professor. Ich hab einen Quas, jetzt wären wir von dem... Von so'n dumm klein Mädchen. Verdammt, ey. Wahrscheinlich ist die Professor, ja. Oh mein Gott, ey, hat die Geschlechterwandung gemacht, oh mein Gott. Ist das eine Schleife da oben, oder wie heißt das? Das ist ein Horn. Okay, egal, Mann. Ach nee, du musst erst mal ins Haus nehmen an. Also, okay, okay, das sind drei Häuser da, okay, ich versteh schon. Das dritte, das dritte ist dazu, dass ich mir die Karte abholen kann von Garys Schwester. Ja, dann gibt's ja kein Garys. Ich weiß. Was ist das? Jetzt sehe ich von dem nächsten, äh... Die Edis ist genauso aus wie meine Mutter. Ihhh, ich hab nur Schlechter. Ihhh, ach du bist Kurt Fuß, du bist unser neuer Nachbar, hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter, oh nee, ist das mein neuer Rivaler? Ja. Die Rivalin. Mein, meine neue Tochter freut sich schon drauf mit dir Freundschaft zu schließen. Ach, ist meine Rival eine Frau? Äh, ein Mädchen? Ne, 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 pass auf, es ist so. Wenn du weiblich nimmst, ist er männlich und wenn du männlich nimmst, ist er weiblich. Also habe ich eine weibliche als, ähm... Alec, mein Gegnerin. Ja, du musst, du musst nach oben mit ihr labern. Du musst nach oben. Ja, Mann, ich stehe aber nicht auf Mädchen. Ja. Ist hier auf mein Haar. Das war Treffer. Einfach geradeaus. Oh, was steht da? Ah, guck mal da. Oh Gott, ich bin bestimmt in dem Ding da drin, ich war? Ich hole dich raus! Oh. Boah. Was denn das für ne Kuh, ey? Was, wer bist du denn? Hm? Hm? Ach, du bist Kotfuß! Ich bin doch hergezogen. Ähm, ich bin Maika. Haha, Maika! Oh mein Gott, Digga. Lies weiter. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt, ja, weiter, Freundschaft zu schließen. Aha. Ich habe schon von dir gehört. Ja, ich bin cool, ne? Mein Vater, Professor Burg, hat mir von dir erzählt. Miese Connection. Oh Mann! Ich habe gehofft. Was denn nett ist? Nein, bin ich nicht. Kotfuß! Und wir Freunde werden. Nein, werden wir nicht. Das ist nicht albern. Äh, ist das nicht albern? Ich habe... Mann, die Übertragung ist so scheiße. Ich habe dich doch erst kennengelernt. Äh, gerade erst kennengelernt. Gestern. Hihihi. Ja, ja. Ich habe dich doch von PASIKO gesehen lehrt. Oh nein, hab ich ja doch gar nicht vergessen. Was denn, was denn, was denn, was denn, was denn, was denn, was denn. Ich mach dir noch helfen. Ich hab da wilde Pokémon zu finden. Ich hab' dir Pokémon. Oh, viele Pokémon. Sie ist ja die Tochter von Birky. Ähm... Code wo's? Frau, ich mach' uns später. Ey, komm mal, sie hat nur Rangen, und Zender Game Crew. Ihhh. das ist ja mal voll cool warum kein pinken weiß ich nicht steht vor nicht noch pink na super guck mal in oblivion oder in dragon jetzt kann ich das jetzt machen können sie jetzt sogar abschlachten wenn ich will wenn wir jetzt in gothic dann könnten wir das einfach mit genau gothic auch noch eigenmann gothic 3 weil das ist das echt gothic 3 ist noch erträglich aber er kenya wie scheiße ist ja mal unterirdisch du weißt schon dass du jetzt rausgehen muss die tür benutzen ich weiß aber ich mag gerne extra runden ich müsste jetzt eigentlich vorher aber ich gehe jetzt erstmal hier lang blöd so und jetzt wird sich keine ankommen jetzt nach oben weiter und an dem ich das ist ein pflichter pokémon ja ja wahrscheinlich ein pikachu oder so ich kann da ich mir wenigstens aussuchen ja ich glaube schon dann nimmt das wasser pokémon aber ich weiß gar nicht welche zur verfügung bin ok die betonten ja die hohen wasser zu machen bei werden Prozent ohne ein einzig verfolgt die nicht nur der Führung der Bedeutung bei einem Beutel da findest du eine Pokéball um ein die Drohne ja die Tropi was ich immer noch nicht so bist du wasser ja ich weiß immer noch nicht in die anderen Gruppen die Tropi was haben wir noch der Gabo Scheiße der Feuerblatt und wasser ja dann nimm das wasser von uns am besten ja mann rota wie aufregend man wie aufregend er wird frei und das ist männlich und das haut mit seiner Männlichkeit oh mein Gott ich werde die mit Heuler töten ich töte die mit Heuler nein und zu Tode geteckelt immer schön drauf kloppen genau ich habe voll die Möglichkeiten an war Knarre Tsunami und so wieder wieder geknüppelt mit diesem Erfolg müssen die Folge leider wieder beenden leider es kotzt mich an ich hätte gern mehr als 15 Punkte äh 15 Minuten egal mann haut darin und ich habe es war schön mit Code warte 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 was haut rein und halt die Wurz genau 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 Vielen Dank.